Die Trione Ja, aber ein Segen von den großen Übeln, das ist verdammt riskant. Wenn das der Schlüssel in den Tempel ist, gehe ich das Risiko ein. Bahls Schrein ist in der Nähe. Damit fangen wir an. Bahls Schrein ist in der Nähe. Bahls Schrein ist in der Nähe. Bahl, Herr der Zerstörung. Sein Einfluss hat jeden Krieg der Geschichte verursacht. Stets sucht er den Konflikt. Sprecht seinen wahren Namen. Thor Balos. Thor Balos. Geht es euch gut? Es geht mir gut. Noch zwei Schreine. Diablo und dann Mephisto. Bleibt stark. Geht es euch gut. 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 Diablo, Herr des Schreckens. Jede Angst der Sterblichen, jeder Albtraum. Er ist der Keim all dessen. So war es schon immer. Sprecht seinen wahren Namen. Al-Diabolos. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mephisto, der Herr des Hasses, Vater von Lilith, seid vorsichtig. Ihr Blut ist bereits Teil von euch. Ich komme damit zurecht. Seht ihr? Die Macht hier bringt euch bereits aus der Ruhe. Ich habe euch doch gesagt, dass ich damit zurechtkomme. Sagt mir, was ich sagen soll und sucht dann den Tempel. Ach, so sei es. Wenn ihr bereit seid, sprecht den Namen Duhl Mephistos. Aber seid vorsichtig. Duhl Mephistos. So sehen wir uns wieder. Mephisto, ich weiß wer ihr jetzt seid. Ja, aber das bedeutet nicht, dass wir einander nicht helfen können. Der sterbliche Elias will die Macht der großen Übel für seine eigenen Zwecke nutzen. Niemand ist sich noch seiner Stellung bewusst, was. Seine Einmischungen haben Echos der Vergangenheit in meine Zuflucht des Hasses geführt. Aber ihr und ich, wir können alles wieder ins Lohn bringen. Sobald ihr diesem Reich Frieden gegeben habt, werde ich euch meinen Segen geben können. Wir werden uns den großen Übeln niemals beugen. Haltet sie auf! Vulkator, leigt mir eure Kraft! Vulkator, leigt mir eure Kraft! Vulkator, leigt mir eure Kraft! Gut gemacht. Ihr seid dazu geboren. Ich hätte nicht gedacht, dass ein großes Übel die Hilfe eines Sterblichen benötigt. Ja, ich hatte in den letzten Jahren Pech. In diesen Seelensteinchen gefangen, in die Hölle zurückgestoßen. Meine Essenz formt sich erst neu. Darum ist meine Macht begrenzt. Wir haben all unsere Höhen und Tiefen. Nicht wahr? Ihr habt weitaus Schlimmeres verdient. Ich habe euch nur meine Hilfe angeboten. Und doch lohnt ihr es mir mit Hass. Wieso konzentriert ihr euren Zorn für den Moment nicht auf Lenne? Ihr habt meinen Segen. Vernichtet sie. Rettet eure Welt. Wieso? 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 Ja! Geh! Warum habt ihr so lange gebraucht? Ich habe etwas beim Schreien gesehen. Einen Wolf. Es ist bekannt, dass Mephisto eine derartige Gestalt annimmt. Ich begegne ihm nicht zum ersten Mal. Was? Und das habt ihr mir verheimlicht? Wir alle haben unsere Geheimnisse. Nicht wahr, Horadrim? Dafür ist jetzt keine Zeit. Elias könnte schon mitten in seinem Ritual sein. Macht euch den Kopf frei, bevor wir weitergehen. Der Tempel der großen Bibel liegt direkt vor euch.